Wir haben es geschafft mit dem Bitcoin über unsere wichtige Widerstandszone hier zwischen 58.700 und 59.000 US-Dollar zu steigen, haben hier auch schon einen schönen Retest auf diese Linie gesehen und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns gemeinsam anschauen, denn wir haben auf den verschiedenen Timeframes auch interessante Pattern, die wir uns ebenfalls detailliert in diesem Video anschauen werden. Außerdem schauen wir uns auch Ethereum an, wir schauen uns AVAX an, denn dort gibt es auch sehr, sehr interessante News, also bleibt am besten bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir starten direkt mit dem Bitcoin auf dem einstündigen Chart, denn hier haben wir gerade ein sehr, sehr interessantes Pattern, welches wir hier geformt haben. Wir haben hier momentan auf dem einstündigen Chart ein Ascending Triangle. Das Ascending Triangle ist, wie ihr wisst, wahrscheinlich ein bullisches Pattern, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus diesem Pattern nach oben hinausbrechen, ist wahrscheinlicher, als dass wir nach unten hinausbrechen. Wir sehen hier einmal bei ca. 59.940 US-Dollar haben wir unsere Widerstandslinie, wo wir hier und ebenfalls hier vorhin nochmal rejected wurden und jetzt sieht es so aus, als ob wir hier nochmal runtergehen und unsere Supportzone hier antesten, die wir zuvor hier super als Support gehalten haben. Diese Linie wird jetzt sehr, sehr wichtig für den Bitcoin. Sollten wir es schaffen, hier diese 59.100 US-Dollar hier zu halten und hier gegebenenfalls einen Bounce sehen, dann denke ich, dass wir hier mit dem dritten Versuch es schaffen würden, einen Breakout aus diesem Pattern zu sehen. Sollten wir allerdings nach unten hinausbrechen, dann könnten wir mit einer weiteren Korrektur für den Bitcoin rechnen. Und schauen wir uns einmal das Preisziel hier von diesem Pattern an, sehen wir, dass das Preisziel ebenfalls extrem interessant ist, denn legen wir es hier an die mögliche Breakout-Stelle, wäre das Preisziel bei einem Breakout nach oben bei ca. 62.200 US-Dollar. Sollten wir allerdings hier einen Breakout nach unten sehen, dann wäre das Preisziel hier bei ca. 56.000 US-Dollar. Denn sollten wir hier aus diesem Pattern nach unten hinausbrechen, würden wir auch gleichzeitig hier unter unsere EMA-Ribbons auf dem einstündigen Chart fallen. Und wenn dies der Fall ist, sehen wir jedes Mal, wenn wir hier unter die einstündigen EMA-Ribbons gefallen sind, sind wir mit dem Preis weiter gefallen. Das heißt, dann erwarte ich, dass das Preisziel hier von ca. 56.900 US-Dollar definitiv realistisch ist, wenn wir aus diesem Pattern nach unten hinausbrechen sollten. Allerdings sollten wir auch hier einen Breakout nach oben sehen und wenn ihr dieses Pattern traden möchtet, ist es ganz wichtig, hier am besten im Idealfall abzuwarten, dass wir hier einen Retest auf diese Linie sehen und dann hier weiter mit dem Preis steigen. Das heißt, dass wir diese vorherige Widerstandslinie zu einem Support bestätigen. Und natürlich wichtig bei einem Breakout ist, dass wir erhöhtes Volumen hier haben, damit wir sicher gehen können, dass es sich hier um einen Breakout und nicht um einen Fakeout handelt. Die nächsten Stunden werden definitiv extrem interessant. Für den Bitcoin sollten wir es wie gesagt schaffen, aus dem Ascending Triangle auf dem einstündigen Chart auszubrechen. Könnte es sehr, sehr interessant werden, denn wir haben jetzt schon ein wenig Stärke vom Bitcoin gesehen, denn wir hatten ja gestern über diese Linie gesprochen, die zuvor hier als Support fungierte und hier nochmal als Widerstand und haben es dann hier final geschafft, über diese Zone auszubrechen und haben sogar einen schönen Retest hier gesehen auf diese Zone, die zuvor ein Widerstand war. Allerdings aktivieren wir hier einmal unsere vierstündigen EMAs, können wir hier sehen, dass es bis ca. 60.450 US-Dollar weitergehend gefährlich ist. Sollten wir es schaffen, hier jetzt über die vierstündigen EMA-Ribbons zu steigen, wäre das definitiv ein extrem bullischer Move für den Bitcoin. Und dann würde ich auch denken, dass wir hier weiter mit einem Preisanstieg rechnen könnten. Sollten wir allerdings hier jetzt nochmal rejected werden von den vierstündigen EMAs, könnte es sein, dass wir hier gegebenenfalls wieder unter unsere Support Zone zwischen 58.700 und 59.000 US-Dollar fallen. Auf dem Weekly Chart wird es auch extrem interessant für den Bitcoin, denn wie ihr wisst, haben wir hier unser Ascending Triangle auf dem Weekly Chart. Dieses Triangle ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiges Triangle, allerdings halten wir hier diesen Support noch ca. Denn wir haben hier an der weißen Linie unsere 8er Moving Average. Diese 8er Moving Average hat in dem Pump zuvor hier eine extrem wichtige Rolle gespielt, denn wir sehen, immer wieder hatten wir einen Retest hier auf diese 8er Moving Average gesehen und haben diese weitgehend hier als Support gehalten. Als wir unter diese 8er Moving Average gefallen sind, hatten wir Kurzsupport von unserem 21er Moving Average und als wir dann unseren 21er Moving Average nicht halten könnten, sind wir hier unter diese 21er Moving Average ebenfalls gefallen und haben hier noch eine Korrektur erlebt. Und jetzt wird es gerade sehr, sehr wichtig, denn wir haben es hier geschafft, nochmal über die 8er und 21er Moving Average zu steigen, haben hier auf Candle Close sehr schön unsere 8er Moving Average gehalten und als wir unter die 8er gefallen sind, hatten wir hier Support von unserem 21er Moving Average. Jetzt wird es wichtig, denn wir erhalten weitergehend hier diesen Support vom 8er Moving Average hier auf Candle Close Basis bei ca. 58.900 US-Dollar. Wichtig wird es jetzt, dass wir es unbedingt schaffen müssen, diese Zone hier als Support zu halten, denn sollten wir hier mit einem Weekly Close unter diesen 58.900 US-Dollar schließen, ich warne hier, wir haben nur noch 5 Stunden und 50 Minuten bis zu einem Weekly Close, sollten wir hier drunter schließen, werden wir definitiv hier eine Korrektur bis auf ca. 52.430 US-Dollar sehen, denn wie wir hier sehen, sobald wir hier unter die 8er Moving Average fallen, haben wir hier die 21er angetestet. Allerdings, solange wir hier weitergehend unsere 21er Moving Average auf Candle Close Basis, auf dem Weekly Chart halten, bin ich weitergehend Bullish eingestellt beim Bitcoin. Also es wird jetzt sehr, sehr interessant, heute Nacht, wo wir hier es schaffen, unsere Candle Close hier zu schließen. Am liebsten wäre es mir, wenn wir es schaffen würden, noch über den 60.000 US-Dollar unsere Weekly Candle zu closen. Bei Ethereum wird es auch gerade sehr, sehr interessant, denn wie wir gestern im Video gesprochen haben, haben wir hier auf dem einstündigen Chart bei Ethereum ein Inverse Head & Shoulders. Wir haben einmal hier unsere linke Schulter, hier einmal den Kopf und hier die rechte Schulter. Wir haben es schon geschafft, aus diesem Pattern nach oben hin auszubrechen, haben auch einen sehr schönen Retest hier auf die Neckline gesehen, wie wir hier sehen und jetzt wird es gerade extrem interessant, denn merkt euch hier die 4.400 US-Dollar. Diese Zone spielt ebenfalls bei Ethereum eine extrem wichtige Rolle, wenn wir einmal auf den nächsten Chart wechseln. Denn gehen wir hier einmal auf den Daily Chart, können wir hier sehen, warum diese Zone hier extrem wichtig ist, denn wir haben hier an dieser Zone unsere 20er Moving Average. Wir kämpfen momentan mit dem Bullen darum, diese Zone nach oben hin zu durchbrechen. Jetzt sollten wir es schaffen, diese 20er Moving Average nach oben hin zu durchbrechen, dann denke ich, dass wir hier bei Ethereum ebenfalls mit einem weiteren Preisanstieg rechnen können. Denn jedes Mal, wenn wir hier über den 20er Moving Average waren, haben wir diese sehr schön als Support gehalten und haben weitergehend einen Move nach oben gesehen. Als wir allerdings hier diese 20er Moving Average nach unten durchbrochen haben, haben wir kurz hier auch die 50er Moving Average angetestet, konnten diese aber sehr schön, wie wir hier sehen, halten, sind kurz zwar darunter gefallen, konnten aber hier den Support von unserem vorherigen All-Time-High hier an dieser Stelle nutzen. Denn hier hatten wir zuvor Widerstand, ebenfalls hier nochmal Support und diese Zone haben wir nochmal als Support hier bestätigt. Wie gesagt, solange wir hier mit Ethereum über den 4.000 US-Dollar-Zone sind, sind wir hier auch weiterhin Bullish eingestellt. Wir sind zwar kurz unter die 50er Moving Average gefallen, allerdings sehen wir hier aber, dass wir sofort mit der nächsten Candle hier aufgekauft wurden und uns rasch hier über die 50er Moving Average bewegt haben. Wie gesagt, hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, ob wir es schaffen, über die 20er Moving Average hier zu steigen. Sollte dies der Fall sein, dann denke ich, dass wir hier mit einem Preisanstieg rechnen können und dann können wir auch hier unser Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders, welches bei ca. 4.710 US-Dollar liegt, definitiv in den nächsten Tagen erreichen. Und bei Avax wird es auch gerade extrem interessant, denn hier haben wir bei Avax auch ein neues All-Time-High an dieser Stelle erreicht. Wie gesagt, Glückwunsch an alle diejenigen, die hier Avax halten. Bei 147 US-Dollar hatten wir hier ein neues All-Time-High. Wir hatten ja hier unser Inverse Head & Shoulders, welches wir besprochen haben. Dieses ist perfekt ausgebrochen, hat auch unser Target hier von 126 US-Dollar erreicht und sogar hier nochmal übertroffen. Allerdings haben wir jetzt hier ein bärisches Pattern, welches nach unten ausgebrochen ist. Wir haben hier ein Rising Wedge. Das Rising Wedge ist an dieser Stelle nach unten ausgebrochen. Die Bullen haben es nochmal versucht, hier in diese Zone reinzukommen, wurden aber allerdings hier exakt rejected. Und jetzt wird es interessant, denn unser erstes Preisziel liegt hier bei ca. 125 US-Dollar bei Avax. Ich denke, dass diese Zone hier als Support halten sollte, denn aktivieren wir hier auch einmal unsere EMA-Ribbons. Sehen wir, dass diese sich ebenfalls hier in der Zone bewegen. Das heißt, wir haben einmal Unterstützung von der 125 US-Dollar-Linie, wo wir einmal hier schönen Support hatten und hier einmal Widerstand. Und wir haben nochmal Support von unseren EMA-Ribbons an dieser Stelle zu erwarten. Sollten wir allerdings hier unter die 525 US-Dollar fallen, dann wäre unser nächstes Preisziel hier bei ca. 115 US-Dollar, wo wir den nächsten Support-Punkt an dieser Stelle für Avax haben. Wie gesagt, es wird hier auch interessant. Allerdings sollten wir hier jetzt unter die 125 US-Dollar fallen, dann könnte es hier gefährlich werden. Es könnte hier zu einem größeren Abverkauf kommen. Denn wenn wir uns dies einmal genauer anschauen, sehen wir, dass wir hier die ganze Zeit lang sehr schön bei diesem parabolischen Run unsere EMA-Ribbons immer wieder als Support angetestet haben und diese auch gehalten haben. Es könnte auch jetzt sehr gut sein, dass wir hier nochmal Support finden und hier weiter mit dem Preis steigen. Wie gesagt, hier wird es definitiv bei Avax auch interessant in den nächsten Stunden und Tagen, was hier jetzt genau geschieht. Allerdings ist unser erstes Preisziel hier bei 125 US-Dollar für Avax. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir diese Zone nach unten hin durchbrechen sollten. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt alle gesund und bis morgen.